Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns mit den Requirements noch ein bisschen detaillierter auseinandersetzen. Und zwar gibt es drei Hauptkategorien von Requirements, die ich euch hier mal aufgeschrieben habe. Und zwar die sogenannten funktionalen Anforderungen, die qualitativen Anforderungen und was eigentlich keine Requirements in dem Sinne sind, sondern eher Constraints. Das bedeutet Einschränkungen ist die dritte Kategorie. Okay, so, das sind so ganz grob die Kategorien. Allerdings kann man das natürlich noch ein bisschen verfeinern, was da alles rein muss und wie man das... Ja, warum brauche ich überhaupt Kategorien für Requirements? Ganz ehrlich, man braucht es nicht unbedingt, aber es hilft vielleicht, damit man auch wirklich an alles denkt. Und das ist vielleicht was ganz, ganz Wichtiges, dass man auch wirklich irgendwie in mehrere Sparten sozusagen reindenken muss, also durch diese Kategorien und auch wirklich sich überlegt, okay, habe ich vielleicht da noch was vergessen oder so. Und deswegen, ja, mal ganz kurz, die funktionalen Anforderungen sind das, was wir normalerweise so kennen, also Systemverhalten, was muss es alles können, was muss es alles geben, was wird mit Daten gemacht, wie werden Daten eingelesen oder ausgegeben und wo zum Beispiel werden Nutzerinteraktionen oder sowas reingebettet, was passiert, wenn der Nutzer auf Button XY klickt, solche Dinge gehören in die funktionalen Anforderungen. Die qualitativen Anforderungen sind zwar etwas weicher, aber nicht unbedingt weich, also zum Beispiel Performance muss nicht unbedingt weich sein, ich werde euch da gleich noch ein Beispiel zeigen, Performance-Zuverlässigkeit, also dass das System eben 99,9999% Online-Zeit hat, für eine Webseite ist das so der Standard, wobei es gibt da schon deutlich bessere sogar, also 11 Nachkommastellen sind glaube ich das, was Amazon bietet oder Amazon oder Amazon, wie man es aussprechen möchte, mir egal, bietet irgendwie 11 Nachkommastellen, das heißt Uptime von 99,9% und dann halt 11,9% insgesamt. Ja, also es ist schon sehr hoch, da kann man aber auch wirklich messen, ist das korrekt oder ist das falsch. Unity Media zum Beispiel hat im Vertrag stehen 75% oder sowas oder 70%, also deutlich, deutlich weniger. Dann Sicherheit wäre natürlich erstmal mehr oder weniger weich formuliert, aber man kann natürlich sagen, ist hart gegen Angriff X, Angriff Y, Angriff Z. Da kann man auch wieder harte Anforderungen daraus generieren. Man sollte schauen, dass seine Anforderungen wirklich so detailliert wie möglich formuliert sind, damit man eben auch wirklich weiß, was gemeint ist. Also, dass man dann wirklich zum Beispiel hergeht und sagt, ich habe jetzt hier eine ganz spezielle Anforderung und nicht irgendwie, ja, es sollte schnell sein. Das ist halt immer so eine Sache. Verfügbarkeit, ähm, oh ja, das habe ich gerade schon gemeint. Zuverlässigkeit meinte ich natürlich, sollte nicht abstürzen. Verfügbarkeit wäre die Onlinezeit zum Beispiel. Wartbarkeit ist natürlich vor allem von der Entwicklerperspektive ja interessant. Ähm, das heißt, die Leute, die später dran arbeiten, haben es dann leichter eben neue Features einzubetten. Sowas wäre dann mit Wartbarkeit gemeint. Und da kann man auch tatsächlich sagen, ähm, man möchte Wartbarkeit konkret formulieren. Und das bedeutet, dass man, ah, oder zum Beispiel auch natürlich, ähm, das fertige System, das gehört natürlich auch in die Wartbarkeit rein. Also, dass man zum Beispiel sagt, in dem System existiert ein Backup-Skript oder sowas. Das wäre dann auch eine qualitative Anforderung für Wartbarkeit. Ja, ähm, und zu den Constraints, die sind so ein bisschen wahrscheinlich das, was euch, ähm, vielleicht am meisten so überrascht, aber die gehören da wirklich auch rein. Also, zum Beispiel, wenn ich irgendwas, irgendein System schreibe, was illegal ist, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann kann ich mein System erstens mal nicht deployen. Und, ähm, deswegen gehört da auch immer Rechtliches oder sowas rein. Ähm, wobei man natürlich auch immer beachten muss, dass es alles korrekt formuliert ist. Das heißt, man muss sich da eigentlich auch wirklich schon überlegen, okay, darf ich sowas oder darf ich es vielleicht nicht? Dann Kultur kann auch Constraints darstellen. Das habe ich letztes Mal schon versucht, so ein bisschen darzustellen, ähm, indem man zum Beispiel sagt, okay, es sollte vielleicht, oder sagen wir mal, ähm, ja, wir sind in einem sehr, sehr strengen Umfeld und dann kommen da irgendwie Drogen mit rein. Ähm, das heißt, unsere Kunden sind alle sehr, sehr, ähm, naja, konservativ organisiert oder sowas und, ähm, plötzlich handelt unser, was auch immer, Computerspiel vielleicht wieder oder es kommt halt in irgendeinem, ähm, Zusammenhang kommen Drogen vor. Das ist dann natürlich nicht ganz so nett und wird auch nicht so gerne gesehen. Und deswegen ist das auch wiederum ein Constraint, das man bedenken muss. Also, dass manche Kulturen einfach manche Dinge vielleicht nicht unbedingt akzeptieren. Ähm, weiter möchte ich das jetzt hier tatsächlich nicht aus, ähm, formulieren, weil, ja, okay. Dann, ähm, Leistung ist auch was, was ein Constraint sein kann. Also, zum Beispiel, dass wir, und jetzt komme ich auch tatsächlich schon zu den Beispielen wieder, wenn ich, ähm, da, nein, das meine ich natürlich. So, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier haben, dann haben wir hier auch ein Constraint drin und zwar ein Leistungskonstraint, ähm, kleine Übung für euch, ihr könnt es gerne mal zuordnen, dürfte nicht allzu schwer sein. Und zwar, ein Constraint ist in dem Fall das oberste, denn ich habe hier eine Einschränkung, ähm, was die Leistung meines Computers angeht. Wenn mein Computer weniger als, äh, wenn mein Computer mehr als ein, oder mein System besser gesagt, mehr als ein Gigabyte RAM verbraucht oder mehr als ein Gigahertz Leistung verbraucht, dann möchte ich das nicht. Also, das heißt, es ist sozusagen eine Anforderung an das System. Es soll schneller sein und auf so einem System dann durchaus laufen auch noch. Dann habe ich hier, ähm, noch zwei weitere. Das untere ist logischerweise die funktionale Anforderung. Das ist einfach, was das System im Endeffekt tut. Und das hier oben ist eine qualitative Anforderung, die aber auch hart formuliert ist. Also, nicht irgendwie, das System soll schnell sein, sondern es ist halt wirklich gesagt, okay, die durchschnittliche Antwortzeit von, zum Beispiel, meinem Backend oder sowas, das müsste man natürlich hier noch ergänzen, soll höchstens 10 Millisekunden betragen. Und, ähm, ja, man sollte natürlich immer schauen, dass man seine, ähm, Anforderungen möglichst konkret formuliert. Das heißt, ich habe hier auch schon wieder eigentlich einen Fehler gemacht, weil ich hier Antwortzeit einfach so hingeschrieben habe, von was jetzt die Antwortzeit fehlt, da zum Beispiel auch noch. Ähm, aber ja, das ist sozusagen, ähm, das, was man als Beispiel haben könnte. Ihr könnt euch gerne noch mehr solche Requirements überlegen. Das wäre auch eine super Übung. Überlegt euch einfach ein System, bastelt dazu ein paar Requirements und ordnet ihnen Kategorien zu. Also, ähm, sowas wie eben funktional oder qualitativ oder eben Constraint. Genau. Und das war es auch wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch erstmal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.